Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo von mir. Und zwar geht es um meinen Freitag-Stream, den ich mag zum Werder. Und zwar ist es mein Ich-Bin-Zurück-Stream. Das Ganze findet auf meinem Beam.pro-Streaming-Kanal statt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung und oder in meinem Kanal-Banner zu finden. Ja, was wird euch da erwarten? Natürlich jede Menge Spaß. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Schaltet ein, denn es lohnt sich für euch. Und zwar, es lohnt sich daher, da ich Steam-Keys von Spielen an euch verschenke. Unter anderem ist zum Beispiel Baphomets Fluch 5 dabei. Die anderen, müsst ihr euch überraschen lassen, sind insgesamt 4 Keys, die ich euch schenken möchte. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist natürlich einschalten, mir ein Follow dalassen. Damit ihr quasi an der Auslosung teilnehmt. Und das Ganze wird ungefähr immer so sein, dass eventuell stündlich, halbstündlich immer mal ein Key verlost wird. Ja, das weiß ich natürlich noch nicht, welcher wann gemacht wird. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall für euch einzuschalten. Und wie gesagt, wenn ihr einen Follow dalasst, vielleicht gefällt euch dann sogar mein Kanal. Wenn ihr neu seid und ihr fühlt euch von meiner Persönlichkeit sehr gut unterhalten, würde mich das natürlich noch mehr glücklicher stimmen. Und ja, eigentlich war es das schon. Freitag, den 3.3.2017 um 18 Uhr auf beam.pro.com. Geht es dann los, gespielt wird, das ist eine gute Frage, da lasse ich mich selber noch überraschen. Aber eventuell ist Gigantic dabei, Smite for Honor, Titanfall 2. Wie gesagt, da werde ich mich selber noch überraschen lassen. Ich hoffe, ihr seid da. Wie gesagt, am 3.3.2017 um 18 Uhr auf beam.pro. Wie gesagt, giveaway ist dabei, vier Steam Keys. Einfach ein Follow dalassen, um dabei zu sein. Und ja, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut.